Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Leia, ist alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewandt werden. Du glaubst mir doch, oder, Leia? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Es ist unwieldlich. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Koop. Ja, Diablo 3, wie man sieht, der Chaos Faction ist natürlich auch dabei. Servus. Ja, genau. Wir haben uns schon vor einiger Zeit gedacht, komm, machen wir mal Diablo 3. Jetzt ist es soweit. Wir werden dieses Let's Play hier machen, komplett bis Level 60. Das ist, glaube ich, das Maximallevel, gell? Ja, das ist das Maximallevel. Danach kommen nur Gefahren und all so ein Kram. Ja, und dann wird halt gefarmt und so eine Zeige dann auch ab und so. Und ja, wir haben eigentlich noch nicht viel... Doch, du hast ein bisschen was gespielt schon. Also er kennt sich hier schon ein bisschen aus. Aber auch nur am ersten Akt, also nicht so... Es gibt mehrere Akte, aber ich weiß auch nur, was am ersten ein bisschen passiert. Ja, das ist eh gut. Ja, von mir aus können wir loslegen. Also ich bin der Barbar, du bist die Zaumberin. Genau, und ich starte einfach mal. Genau, also ich bin der, was drauf hat und nach vorne geht und er fistet mich von hinten. Genau, muss einfach noch ein bisschen anale Penetration geben. Akt 1. Okay, also nur das hier habe ich gesehen bis jetzt. Mehr nicht. Bist du im Video oder so? Äh, ja. Okay. Du bist nicht im Video. Oh, okay, warte mal, das Spiel ist verdammt laut. Ich werde es mal ganz kurz leiser machen. Das war jetzt nämlich verdammt laut. In der Gesamtlaut steigen wir so ein bisschen runter auf 4,50. Du bist im, warst du, warst nicht im Video? Ne. Äh, willst du die Videos mit drin haben? Hm, muss nicht sein. Ich weiß es nicht, weil es kann auch sein, dass das, weil ich leite, dass du deswegen kein Video hattest. Boah, keine Ahnung. Es ist immer noch laut, warte mal kurz. Noch rund, noch mehr da unten stellen. Was ist denn da los, Mann? Das ist so laut, wenn man reinhaut und da hört man dich kaum. So, Gesamtlautstärke mal auf 30. So, warte. Sag jetzt mal was. Hallo. Okay, sollte ich hinhauen. Wir probieren es einfach mal, ne? Okay, Moment, wenn ich jetzt reinhauen sollte, sollte es passen. Ah, jetzt passt es. Jetzt ist es okay. Die Leia. Ah, die erste Quest haben wir. Genau. What the fuck? Ja, erstmal nur die komischen Viecher da. Ah, die sind eh nur ein One-Hit. Ja, da kommen wir schon nur, welche die halb sind angekrochen. Wie gesagt, das Spiel ist ab 16, aber dafür, äh, ja, braucht es doch ganz schön. Komm rein mit der Brutalität eigentlich. Allein wenn er schon siehst, hier die ganzen Viecher, die da liegen und, äh, die Physik im Spiel ist auch ziemlich krass. Also du kannst auch noch Leichen, die auf dem Boden liegen, später noch wegklatschen. Die fliegen dann immer noch weg. Nice. Optisch ist es eigentlich auch ganz cool, gefällt mir. Ja. Oh, da haben wir ein Herz. Was ist ein Herz? Ähm, ein Herz ist ein Heiler, der kann dich heilen. Also da brauchst du eigentlich erstmal nichts. Das hier ist zum Beispiel hier jetzt der Händler, bei dem kannst du Sachen verkaufen. Okay. Das ist auch sozusagen hier, das ist unsere erste kleine Hauptstadt, in die kann man sich immer wieder zurückporten, sag ich mal. Ah, da kann ich jetzt Sachen kaufen, aber ich habe eh kein Geld. Ja, genau. Da kannst du auch Sachen dann später verkaufen, zum Beispiel so Sachen, die du nicht brauchst und so. Hier, das haben sie jetzt irgendwie mit einem Patch hinzugefügt, hat mir vorhin ein Freund gesagt. Ich weiß aber auch nicht, was das Buch da macht. Moment. Ähm. Ein bisschen lauter. So. Da ist ein Buch. Ja, das weiß ich auch nicht, was das macht. Keine Chronik. Okay. Auf jeden Fall hast du hier diese Truhe. Da kannst du da. Ah, ihr habt keine unidentifizierten Gegenstände. Das ist also, wenn man jetzt einen Gegenstand hat, der nicht identifiziert ist, kann man da herkommen und der identifiziert. Genau, und das war nämlich dafür, der macht alle auf einmal. Ah, eine Beutetruhe, da kann man also unsere Sachen reinlegen. Ja, da kannst du deinen Loot reinmachen. Da haben wir auch beide eine verschiedene halt. Okay, Ablageplätze kaufen, 10.000, alles klar. So, dann haben wir hier zum Beispiel jetzt unsere Banner. Das ist, wenn ich noch weg bin, aber du hier in der Hauptstadt bist, um gerade Sachen zu verkaufen, kannst du auf meinen draufklicken, dann wirst du instant zu mir geportet. Aha, okay, sehr schön. Und, äh, ja, jetzt müssen wir erstmal hier rein, ins Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Oh ja. Ja, und auch sind wir ziemlich luftig bekleidet hier. Ja, ziemlich luftig. Ja, mit der Lea. Oh, Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Milit zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verbundeten! Oh, oh! Kriegt er nicht aus, ihr Schweini! Direktstufe 2. Yeah. Ah, neue Fertigkeitenplatz. Aktive Fertigkeiten-Kategorie. Neue Fertigkeit wählen, okay. Hammer der Urahnen. Ich krieg da jetzt einen Froststrahl. Okay. Wow! Was? Das ist meine Aktive hier. Oh, nice! Jetzt geht's aber los, ja du. Ja, und ich hab so einen schwulen Baban, der nur draufhauen kann. Ja, was hast du draufhauen? So, warte jetzt, bevor wir erstmal da wieder weiterreden, weiß ich das, wenn du hier reingehst. Und da herkommst, hier liegt ein Buch. Kannst du draufklicken, das sammeln, das gibt dir Erfahrung. Aha, okay. Die labert dann ein bisschen. Das kannst du auch wegmachen, wenn du es nicht hören willst, aber... Oh, die hat eine erotische Stimme, das passt schon. Okay, komm einfach mal. Aber das gefällt mir, weil das ist halt so Metzl und Rollenspiel und alles geil einfach irgendwie. Mir gefällt's. Macht auch ziemlich süchtig. Ja. Aber früher, zu meiner Anfangszeit, wo ich angefangen hab, zu zocken, nur solche Spiele wie Diablo eigentlich gespielt. Weil mir das einfach am besten gefallen hat, irgendwie. Nee, ich hab mit... Hier ist auch noch ein Buch, warte. Oh, wo? Auf dem Tisch da. Oh, da, okay. Ich muss immer ein bisschen ausschalten, die gehen halt ein bisschen Bonus-Erfahrung. Alles klar. Ich muss nur noch da irgendwie ein bisschen zurechtkommen, dass man hier mit... ...mit der Maus... ...mit der Maus da geht. Ja, aber hast auch ziemlich Lust. Der alte Sack redet da noch bei mir. Ich mach den auch mal weg hier. Ja, ich hab ihn auch weggemacht. Das ist eigentlich eher nur so Hintergrundgeschichte. Es geht ja eigentlich nur ums Gemetzeln und so. Was ich immer so komisch finde, ist zum Beispiel bei Guild Wars läuft man ja, wenn man einen Rechtsklick gedrückt hat. Und hier ist es genau mit Linksklick anders. Ja, stimmt. Genau, mit Linksklicks machst du auch gleichzeitig hier deine Auto-Attacks und mit Rechtsklick diese Bonus-Attack. Das Ding... Ach, da kommen wir schon rein. Reden wir erstmal mit dem Typen. Um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Salten und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe übeln. Danke für die Warte. Das hat eine coole Stimme, man. Die deutsche Synchro ist generell ganz gut. Oh ja. Erledigt die scheißlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen. Ich meine, überleg dir mal, wie viele Spieler das hier spielen, ne? Ja, sehr, sehr viele. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Auf in die Metzelschlacht. Oh ja. Oh, jetzt geht's ins Gemetzel hier. Oh, das ist eben das Geil an der Abel. Das war im Zweier auch schon so geil. Wow, ha, ha, ha. Ja, siehst du, wie die wegfliegt? Oh, Stofftuniker, das ist was für dich. Oh, ich hab auch... Ne, das kannst du, glaub ich, auch nehmen. Ja, ich brauch doch keine Stofftuniker. Brauchst du keine... Also, ich hab jetzt eine Stoffhose gekriegt, die ich... Ah, ich hab ja gar nichts an. Ja gut, dann zieh ich da schon an, wenn ich gar nichts hab. Ich wollt grad sagen, du hast auch noch nichts an. Am Anfang werden wir sehr wahrscheinlich nur Sachen finden, die auch für uns sind. Ja, für unsere Klasse. So eine Bonusaufgabe, wie jetzt töte die Viecher da, machen wir, glaub ich, auch, ne? Also... Was machen wir? Ja, hier, diese Bonussache da. Bonusscheußliche Mütter töten. Das machen wir auch, oder? Ja, klar. Das gibt natürlich ein bisschen Bonusscheiße. Ja, jup. Mach der Strahl Schaden. Ja. Okay, also mit mehr Wut und dann kann ich meine Spezialattacke reinhauen. Alles klar. Check ich schon. Boah, der Barbade haut schon ordentlich rein, du, also. Mit Mates steh ich halt immer nur ein bisschen weiter hinten. Und da hast du eine scheußliche Mutter. Ach, hier, jetzt hab ich zum Beispiel was für dich gefunden. Beschädigte Beschützer. Wo? Pass auf, das kannst du da. Erkundungsscherpe. Ah. Du kannst halt gucken, ob der besser ist, als den, den du hast. Und selbst wenn nicht, kannst du ihn behalten, weil der ist halt noch nichts wert. Also, die Dinger können wir uns noch so hin und her schieben. Jo, jo, ich schieb dir schon was rein. Kann man dann. Okay, so. Am Anfang muss man halt eben noch so ein bisschen zurechtkommen damit, ja. Also man kann aber Gegenstände, die man aufgehoben hat, die kann man auch abschmeißen wieder, oder? Genau, wenn du die einfach im Inventar hast, ziehst du sie einfach aus dem Inventar raus. Okay, also ich kann eigentlich alles mitnehmen, sozusagen. Genau, also am Anfang, die weißen Sachen jetzt, die kannst du eh noch mitnehmen, weil wir jetzt, glaube ich, am Anfang fast noch nichts Blaues finden. Da kannst du dann gleich erst mal verticken. Eben. Du solltest halt nur dann, falls du was Blaues findest, so, ich sag mal, halt, wenn du voll bist, dann das Weiße wegschmeißen, weil das Blaue halt wesentlich mehr wert ist. Ja, das habe ich gesagt. Das ist klar. Sind das wie ein Stachelscheusal? Ach, keine Ahnung, was hier für Viecher, Fantasy-Viecher halt. Oh, mit Geld dran. Wie gesagt, die Physikeffekte, die sind natürlich ziemlich geil. Meinst du, dass ich ein bisschen doof bin, man kann nicht rein- und rauszoomen, aber die Kamera ist eigentlich super. Doch, das kannst du, aber das geht nur mit Z. Was mit Z? Ah. Okay, aber das ist nicht möglich. Aber nur mit einem bestimmten Zoom-Faktor, aber so an sich finde ich die Kameraperspektive eigentlich ziemlich gut. Oh. So, schleusliche Müde. Wo sind eure Mütter? Die haben bestimmt noch nicht mal Mütter. Da sind sie. Da sind sie wieder. Okay, dann gehen wir rein da ins Gemetzel hier. Ey, die Linken. Boah, wie die wegfliegen, ey. Stachelscheusal. Oh, hier kommen schon neue. Kackviecher. Und du haust auch ordentlich rein, so mit deiner Magie. Aber guck mal, wie das ganze Blut hier am Bloden so weggesplitzt ist. Ich sag doch, dafür, dass es ab rechts hin ist, das ist echt ziemlich krass. Ah, scheiße. Das sieht schon geil aus. War so ewig her, dass ich sowas gespielt habe, man. Wir können halt immer die ganze Karte erforschen, bevor wir halt weitergehen. Da, guck, die scheiß scheußliche Mutter da. Die wird schon mal zum Beispiel hier wieder als roter Punkt, wird die auch auf der Karte angezeigt. Die sah aus wie die Mutter von einem Kollegen von mir. Ah. Hey, Stufe 3. Spalten. Jetzt kann ich spalten. Okay, dann kann man jetzt freischalten. Warte mal kurz. Ich habe eine Keule gefunden. Ich weiß nicht, ob du die mal ausprobieren willst. Magst du meine Keule ausprobieren? Jetzt mal meine Keule ausprobieren. Ja, ich hab mir auch gedacht. Warte mal, Fähigkeiten. Wie kommt denn noch mal zu den Fähigkeiten? Da, Fertigkeiten. Primär neu. Okay. Spalten. Alles klar. Ich muss mich da noch ein bisschen zurechtfinden. Ja, ich bin noch nicht mal Level 3 geworden hier. Lass mal gucken. Durch die ganzen... Ich bin fast davor. Okay. Ich habe hier die Keule hingelegt, ne? Falls du mal ausprobieren willst. Okay. Warte mal. Schau ich mal. Ne, falsch ist das Menü. Da, dieses Menü. Die Keule ist... Die Keule ist besser, ja? Die bei der Keule... Du musst halt immer nur gucken. Es gibt Waffen, wie zum Beispiel jetzt die Keule. Da kannst du den Beschützer das Schild auch noch tragen. Aber dann gibt es auch noch Waffen. Da kannst du das Schild dann genau nicht mehr tragen. Aber die hauen dann dafür mehr rein. Aber das kann man eh abwechseln dann. Aber ich werde mir dann immer wahrscheinlich dann später auf zwei Handwaffen gehen. Also eine links, eine rechts. Wow, die Keule fetzt ja weg, Mann. Bist du blöd. Jetzt habe ich auch Stufe 3. Jetzt habe ich Schockimpuls. Doch, jetzt wird in die Mutti. Boah, die ist schon weg da. Edles Kurzschwert. Erstmal gleich kurz warten. Warte, ich muss kurz skillen. Du hast ein Kurzschwert. Ja, kannst du auch mal kurz. Ich kriege gerade die ganze Zeit nur Sachen, die du benutzen kannst. Von mir aus kannst du das hier ruhig wieder haben. Oh, ja, Smeiser ist hinter. Weil ich kann das selber auch benutzen. Das macht wesentlich mehr Schaden. Nee, eine Vogelsschwäche. Nee, nur irgendwie kann ich dann, glaube ich, keine Spells einsetzen. Kann das sein? Oh doch, ich kann das Kurzschwert auch benutzen. Ah, das ist ein Ausbalanciertes. Ich habe das Ausbalancierte genommen. Kannst du eins behalten. Komm, ich mache jetzt hier Dinge. Das ist fast nicht da. Gibt es nix, wo man schnell... Nee, gibt es nicht. Doch, in die EI kommt man schnell rein. Okay. So, jetzt versuche ich mal nämlich da hier so eine Schwert zu haben und in der anderen Hand eine Axt. Das kann man ja. Ja, natürlich kann man das. Das ist natürlich viel geiler. Alter, das macht ein durch wie viel geiles Zeug. Ja, das brutzelt hier ein bisschen rum gerade. Wollen wir hier gleich reingehen oder wollen wir hier noch gucken? Ja, nee, warte. Wir gehen da direkt mal rein, weil das ist hier zum Beispiel... Ja, das ist so ein kleiner Dungeon, der... Nee, ich schätze mal, dass wir da sogar hinein müssen, oder in den Keller da? Nee, müssen wir nicht. Das ist ein kleiner Dungeon nur. Also, da sind ganz viele von. Guck, da ist jetzt zum Beispiel ein goldenes Viech. Das lässt zum Beispiel wieder besseren Loot fallen. Okay. Guck, das hat zum Beispiel direkt was Blaues fallen lassen. Ja, eine Scherpe. Wenn ein Kurzbogen... Kurzschwert. Ein blauer Kurzbogen. Habt ihr da alles gestohlen? Ja, nee, wir kriegen ja beide extra gut, also. Aha, okay. Wir sind ja alle getrennt. Okay, ein Beinschutz. Sehr schön, nehmen wir auch gleich. Kann ich hier diese blöde Axt hier wegschmeißen? Brauche ich nicht. Ähm, was haben wir da noch? Ein Gürtel. Erhöht den Radius in den Gold... Hast du ein Glück, du findest direkt deine ganze Kack-Rüstung hier. Ich finde die ganze nur irgendeine Waffe. Ja, ja, was heißt die ganze Rüstung? Die haben noch nicht alles hier, so. An derweil kann ich verkaufen. Nämlich das mit dir. Egal. Da haben wir noch Platz. Aber irgendwie finde ich die Anfangsattacke irgendwie lustig. Aber das ist aber nur ganz wenig hier, du. So. Ja, das war, wie gesagt, das ist nur so ein kleines Ding. Okay. Kann man erst mal direkt weitergehen. Ich habe so einen Bogen gefunden, der nicht ziemlich. So, das Spiel macht jetzt schon so verdammt Laune. Das ist... Wahnsinn. Ha, jetzt habe ich auch meine erste Rüstung. Ich bin nicht mehr nackt. Ich bin nicht mehr nackt. Oh, jetzt auch mal nichts mehr zu gucken hier. Ich bin immer noch nackt. Ich habe nur irgendwie... Keine Ahnung, was dazu. Ja, du bist... Bleib ruhig nackig. Da sind die alten Ruinen. Oh, shit, was ist denn da los? Irgendwas passiert hier. Ja, ne, die... Auf der Map wird... Warte. Die Mütter haben wir schon gekillt. Jetzt kommt hier nur die scheußliche Mutterkönigin hier. Da ist sie, die Olle. Rein da in die VC. Äh, sorry. Ich schan ja auch Junge nicht zu. Muss mich da immer schön zurückhalten. Muss. Die Hälfte geschlagen, der ist immer noch da. Warte mal, hier ist so ein... Ah, die alten Ruinenwegpunkt. Okay, warte, checken wir noch alles ab zuerst. Ja, ne, da können wir ruhig draufgehen. Da passiert nix. Ach so. Das ist so ein Ding, da gehst du drauf. Und von da aus könntest du dich jetzt rein, theoretisch, wenn du da drauf gehst, dann wieder in unsere Hauptstadt. Da in Neutricht. Ah, das ist ein Teleport. Okay. Das müssen wir gleich auch machen, aber zuerst gehen wir natürlich gleich auch wieder in den Dungeon, der da kommt und so. Alter, das spielt mir macht Spaß. Wir kriegen auch geteilt Erfahrung, also, was er geteilt ist, das ist geteilt. Also, wenn du jetzt was killst und ich nicht dabei bin, dann kriegst du auch was. Dann bekommst du auch was. Okay, sehr schön. Oh, ich schmetze mich hier gerade nämlich schön durch die Gegend, du. Oh, hier ist eine Truhe. Soll ich mir mal einen Freund mitbringen? Ja, nimm mal mit. Robuste Schuhe habe ich bekriegt. Ja, der geht leider nicht so weit hinterher, weil ich will jetzt auch die Truhe haben. Ich kann dir den gleich zeigen. Ja, packen aus. Oh, was liegt denn da? Ausbalanciertes Kurzschwert. Ich weiß nicht, willst du das mal haben vielleicht? Also, wie viel macht eins denn? Meins macht 5,6 Schaden und ich habe auch noch eins, das macht 7. Könnte ich beide gebrauchen, weil beide sind schwächer. Ja, dann nimm mal hier beide. Ich schmeiß die mal auf den Boden. Danke dir. Ich brauche die nämlich nicht. Also, ich weiß auch noch nicht, was ich benutzen werde. Der Bogen scheint jetzt schon ziemlich reinzuklatschen, aber irgendwie, ich habe gehört, Stab und noch irgendwas soll besser sein. Ja, man muss halt mal gucken, was man halt eben noch so, wie man halt am liebsten unterwegs ist, würde ich mal sagen, oder? Ja, und vielleicht liegt der auch gleich, da ist mein Freund, guck, da ist er da links. Oh, servus. Und weg. Mit einem Schlag. Da ist noch einer. Okay. Ich bin halt eben so einer, was immer die ganzen Maps halt immer zu 100% gerne aufdeckt und einfach überall hingeht. Ja, da kannst du auch die ganze Scheiße kaputt machen, da ist überall immer ein bisschen Geld drin. Und das hier zum Beispiel mit dieser Kuh da, da habe ich vorhin auch mit einem Freund drüber geredet, das ist irgendwie eine Anspielung an Diablo 2. Was? Ich weiß auch nicht, was das soll. Es gibt auf jeden Fall so ein komisches Kuh-Level oder so, da kann man reingeportet werden, da ist es ganz bunt und da sind überall Einhörner und so. Okay, hier haben wir einen düsteren Keller. Denk ich mal, da müssen wir hinein. Gehen wir da mal rein. Also rein müssen wir ja nicht, ist wieder nur so ein Zusatz-Dungeon. Okay. Gibt es halt ganz viele von. Gut, da werden wir wahrscheinlich auch überall rein gehen, oder? Ja, klar. Wir sind ja keine, die hier irgendwie gerne durchrushen, sondern einfach schon irgendwie alles gerne entdecken. Jetzt gucke ich, das habe ich zum... Ah, schon ein nettes Kleckchen. Das selbe Oberteil habe ich jetzt gerade nochmal gekriegt. Okay, aber es sind so kleine Dungeons, die gibt es nicht viel. Oh, die ganze Einrichtung zerstört hier. Ja, kannst du auch machen, ja. Du kannst halt die Tische und so, kannst du alles kaputt machen. Das ist halt ziemlich cool, weil die Physik ist echt geil in dem Spiel. Hat er jetzt natürlich nicht, der scheiß Tisch da. Okay, ich denke, wir müssen dann da teleporten, oder wie? Genau, wir müssen nochmal... Zurück, oder? Ja, wir müssen zurück. Wir müssen wieder zurück nochmal mit der Lea sprechen, glaube ich. Die kommt dann nämlich mit, um uns das Tor da hinten zu öffnen. So, Neutristam. Ich gehe mal zum Händler. Genau, da kannst du jetzt zum Beispiel weiße Sachen verkaufen, werde ich jetzt auch erstmal tun. Weil aus den weißen Sachen, für die weißen Sachen kriegst du halt noch nichts. Also du musst einfach... Ah, ne, jetzt habe ich was Gutes. Ah, da, Gegenstände zurückkaufen, okay. Jetzt habe ich, wenn ich was verkaufe, was besser ist, weißt du? Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. So. Oh, ein Dolch. Ein Dolch ist aber auch nicht schlecht. Nee. Baba und Dolch. So, bessere Schuhe noch. So, weg hier alles, alles weg hier. Die Heiltränke behalte ich mir mal. Hat denn der denn eigentlich zu verkaufen? Ja, reparieren muss man auch noch, oder was? Warte, mein Handy hatte ich gerade... Ich glaube, man muss ab und zu reparieren. Habe ich bis jetzt aber auch noch nicht wirklich herausgefunden. Warte, lass mal gucken hier. Verkaufswert. Ah, da, Haltbarkeit. 59, 59. Steht unten rechts, wenn man mit der Maus drüber geht. Dann steht da die Haltbarkeit. Schätze, die Haltbarkeit geht runter, wenn man verreckt. Ja, das könnte gut sein. Was ist denn das für ein Typ? Der hat so einen komischen Stern über dem Kopf. Mal gucken. Leer. Ja, mit der... Nee, ich glaube, mit der müssen wir nichts machen. Wir müssen hier wieder mit dem Hauptmann rumfort. Warte, labert gerade irgendwas. Warte mal, das Game ist ein bisschen zu leise. Da, die Sprachlautstärke machen wir mal auf 100. Und ich mache mal die ingame Lautstärke noch mal auf 40. Ich hoffe, das passt. Man muss am Anfang immer noch so ein bisschen gucken, dass wir die perfekte Soundbalance bekommen. Zumindest schon die erste Quest abgeschlossen. Yay! Sehr schön, 370 Gold. Alles klar, haben wir erledigt. Ah, jetzt müssen wir nochmal mit der Leer labern. Genau. Ich streng kurz was. Jo, benutze den Wegpunkt, um von Neutristram, um zu den alten Ruinen zu gelangen. Die Leer ist jetzt, glaube ich, unser Begleiter. Die latscht mir jetzt hinterher gerade. Jetzt habe ich die Holle am Arsch. Du, was sagst du, wenn wir fürs erste Mal einen kleinen Cut machen? Für das Intro, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hier, 19 Minuten. Ja, reicht, glaube ich. Und dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Dann haben wir die Leer auch noch dabei. Dann gibt es den kleinen Gangbang. Ja, dem starken Baba, ey. Oh ja. Gut, alle, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.